So, wir spielen wieder Goat Simulator. Wir haben jetzt ein paar Sachen runtergeladen und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ah, wo ist das jetzt? Hä? Das ist ein Slendergum. Ja, aber ich habe viel zu viel rein, siehst du? Achso, du meinst, das ist jetzt gerade alles. Ja. Scheiße, das ist viel zu viel. Geh? Aha, krasser Scheiß. Hey, wir haben eine neue Mutation gemacht. Ich weiß, du bist Slender, du kannst fliegen, du hast den Turbo drin. Und ich habe dieses dumme Ding an, hey. Ihhh, voll eklig sind es mal Schuhe. Echt Hammer. Unheimlich. Ja. Yay! Aber es kam nichts Besonderes, oder? Hat echt ein bisschen länger in der Luft bleiben. Keine Ahnung. Oh, die schönen Augen. Ich habe Psycho-Augen, hey. Vergruse dich. Schick mir ein Engel. Ich kann nicht mehr. Tschüss. 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 Schadten, Ads ist gehöst. Tschüss. ....... bzw. das ist gehöst. Schadten, Ads ist gehört. Alles klar. I am a recommendation. N режим steuern Yeaaah! Das machen Engel aber normalerweise nicht Tilididible Ich willst den Blegel auch mal sowas abziehen Da fliegt er immer hoch zum anfassen in die Küche Ich weiß wo ihm hin will, ich habe ein Ziel Aber Nein, hab ich das überhaupt nicht Ich habe hier nämlich mal hinten ne schöne Insel gesehen Jaaa los, flieg Gotti flieig Komm, ich hole noch einmal, du schaffst dich! Jawohl! Oh, da ist eine blöde imaginäre Wand! Hey, was war das? Oh mein Gott! Was war das? Du lässt Wassermelonen aus deinem Arsch die Ecke! Was tut dir? Who do you, who do this? Tunnel die Opfer! Gold on fire! Yeah! Gold on fire! Genau! So mein Lieber, du kommst mal mit. Du bist, glaub ich, ein ganz ordentlicher, was auch was du anhast. So ein ganz netter Kern. Aber ich finde, du hast es verdient geopfert zu werden. Hm. So. Glaubst du? Didi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Psst! So, es passiert jetzt nichts. Brauchst vielleicht noch mehr, oder? Oh, wie brauch ich denn? Wahrscheinlich, ne? Hey, die stehen da wieder auf! Das ist doch nicht schön Ich glaube, die wollen bei unserem Ritual einfach nicht mitmachen Das gibt's doch nicht Oh, der Arme, guck mal! He's not ready Nein, aber er muss Satan, was möchtest du? Oh my god Oh god Geil, was bin ich denn jetzt? Alter, Alter Geil I am a goat Von keiner Mein Gott Ich meine mein Gott Nicht jetzt? Woah Woah, geil 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 Hammergeil Ist du wieder Neverland Ja, 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 ja Ja, ja, ja Wisst ihr was? Ich geh jetzt hoch die Party-Crash Geil Ihr wollt kein Goat dabei haben? Ihr kriegt ein Goat Und was war eins? Geil Oh Vereint euch, das wird voll die fette Grube Kommt mal alle mit Ich bring euch dahin, wo die Party abgeht Das ist so krank Du auch Das ist so krank Das ist so krank Einfach mal alles mitnehmen Was geht? Hey, Leute, kommt mit Auf jetzt, los, hopp Nicht da rein Kommt hier raus Kommt hier, Leute Ja, genau Hier, du auch Warte So, jetzt Kommt, Leute, wir gehen jetzt auf die Party Ey, die bleiben da die ganze Zeit drin hängen Kommt raus, jetzt Ich würd sagen Oh, Essen Ja, da musst du es immer mit Das ist ne Ratio, wir machen Wir machen ja lange nach der Party Oh, Mann! Ich will die nicht die ganze Zeit verlieren, Mann! Die wollen nicht mit Jetzt! 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 Oh mein Gott Fahr! Fahr! Oh mein Gott Warum machen wir das nicht auch mal? Warum sind wir Samson im Club? Ich bin grad froh, dass der Scheiß überhaupt funktioniert, ey Das war jetzt ne schwere Geburt Oh nein, ich muss irgendwie die Kurve kriegen NEIN NEIN Yeah Party in the house Party in the house Party, Party, Party Party Disco, Disco Disco So, meine Lieben Ich möchte einen Giant Menschenball haben Fuck Kommt, ihr dürft alle dabei sein Hier geht die Party Das nennt man heutzutage Disco Kiste So, Leute Und jetzt machen wir alle einen Abflug nach unten, würde ich sagen Und zwar alle zusammen Und zwar alle zusammen Wuuuuuuu 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 Wie süß Als hätten sie heute die Stimme höher machen müssen Die sind doch ganz klein und unbeholfen Ich glaub die beachten Ich glaub die beachten Ich glaub die beachten Ja, wie komm ich hier weg? Mein Gott, ist das so süß Boah, wie kein fetter Mutant, ey Scheiß Band an Boah Oh ne, da kommen nur so kleine Burger raus Hast du gesehen? Jaa Ach schade Was? Haben sie nicht beachtet Was ist das für die geile Zige? Wer braucht schon für euch? Sonnens Clown Oder den Burger King Aber wie verkrüppelt die sich eigentlich? Ich kann gar nicht richtig springen, weil ich so fett bin Mu我们 AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHA AHAHAHA Hahahaha Oh mein Gott... voll ecklig! Scheiße... ist der doch voll gefußt, gell? So, das war noch mal ein netter Abschluss. Wir haben noch mehr gedownloadet. Das werde ich dann in der nächsten Folge noch ein bisschen alles zeigen, was da alles gedownloadet worden ist. Also für Gold Simulator gibt es so, so, so viel Zeugs. So viele Möglichkeiten. Ja, es ist wirklich echt extrem viel. Es wird langsam, langsam, weil ich so viel gedownloadet habe, dass es gerade echt hängt. Ich musste einfach alles haben. Dann sagen wir wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns über ein Däumchen nach oben sehr freuen. Oder wie immer ein produktives Kommentar. Und wenn ihr mich kostenlos abonnieren wollt, dann könnt ihr ein Teil der Gnuherde werden. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann bis bald und ade! Bye-bye! 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 Bis zum nächsten Mal.